Herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe hier live von der Börse in Frankfurt bei den Most Actives. Ja, wie gewonnen, so zerronnen. Das könnte das Stichwort sein für den heutigen Mittwoch hier. Gestern war der deutsche Leitindex noch auf ein neues Jahreshoch geklettert, über der 11.800-Punkte-Marke. Heute im Handelsverlauf waren wir schon unter der 11.600-Punkte-Marke. Und das, obwohl wir gestern ja die 200-Tage-Linie, die charttechnisch gesehen wichtig ist, überwinden konnten. Aber wir haben auch einiges an Verunsicherungsfaktoren, so heißt es richtig. Ja, das eine ist natürlich der kräftige Verlust bei der Bayer-Aktie. Das kostet heute Kraft, weil sie nun mal ein Schwergewicht ist. Und beim DAX auf der anderen Seite haben wir aber auch Medienberichte über mangelnde Fortschritte zum Thema Handelsstreit zwischen USA und China. Das Thema Brexit einmal mehr im Fokus, denn ja, da hat May jetzt tatsächlich eine Verschiebung angefragt und beantragt bis zum 30. Juni. Nun ist die EU am Drücker und dann haben wir aber auch noch die FED-Leitzinsentscheidung. Und da hofft man natürlich auf taubenhafte Töne. Dann werfen wir einen Blick auf die meistgekauften Werte beim Online-Broker Fladex. Und da haben wir an Platz 1 heute eben die Aktie von Bayer, gefolgt von Wirecard, der Deutschen Bank, Daimler und Eikstron. Werfen wir einen Blick auf Eikstron genauer. Da hat es gestern das Papier ein Erholungsversuch gestartet nach einem positiven Analystenkommentar von der Deutschen Bank. Da hat man nämlich die Kaufempfehlung bestätigt und das Kursziel von 14 Euro rausgegeben. Die Analysten, die sehen jetzt ein mittelfristiges Kurspotenzial von rund 70 Euro Prozent. Wirft man einen Blick auf die meistverkauften Werte, haben wir an Platz 1 Wirecard, gefolgt von Bayer, Aurora Cannabis, E.ON und Fresenius. Ja, und Bayer, das ist das große Thema. Da hat man nämlich eine herbe Schlappe in einem Teilprozess, um angebliche Krebsrisiken des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup in den USA hinnehmen müssen. Der Prozess mit derselben Jury geht jetzt eben in die zweite Runde. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Bayer diesen Prozess nun verlieren könnte, der ist jetzt einfach gestiegen. Die Kosten für eine Beileigung der Rechtsstreitigkeiten als auch Schadensersatzzahlungen, die könnten somit deutlicher steigen als zuletzt erwartet. Und das ist eben in der Bewertung der Aktie bisher nicht berücksichtigt. Die Aktie daraufhin heute mächtig unter Druck, zwischenzeitlich im zweistelligen prozentualen Bereich im Minus unterwegs. Eine zweite Aktie, auf die wir aber auch noch schauen, ist Aurora Cannabis. Und nachdem die Aktie über die wichtigen Chart-Technen Widerstand bei 11 kanadischen Dollar gestiegen ist, kennt die Aktie zuletzt kein Erhalten mehr. Nun steuert die Aktie auf, das Hoch von Oktober vergangenen Jahres bei 16 kanadischen Dollar 24 zu beflügelt wurde. Der Wert vor allen Dingen zuletzt von zwei Dingen. Zum einen massiven Kaufempfehlungen und zum anderen durch den Einstieg des US-Milliardärs Nelson Pelz. So viel von mir und heute hier zur Wochenmitte von den Most Actives. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch morgen am Donnerstag wieder dabei sind. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.